Auf präsenter Bahn Mit unserem Tun ist nichts getan, Wir sind gar bald geschafft, Es sei denn auf präsenter Bahn, Die uns nicht niederrafft, Uns vielmehr aus dem Macherwahn befreit Und uns die Schöpferkraft verleiht, Zu jenem Lebensplan zugleich präsent zu sein Und ein Präsent zu sein für sich und andere. Dieses Gedicht stammt aus meinem Buch »Lasse los« und »Bist du nicht willig, So brauche ich Geduld« Oder »Aus dem Macherwahn auf die Warterbahn« Gedichte und Lieder Es ist 2022 bei Bot Books on Demand erschienen. Leseproben findet man im Internet bei Bot, Thalia mit einer Gesamtübersicht meiner 27 Bücher Und ausführlicher bei Google Books »Machinesiä« »Machinesiäu« Bis zum nächsten Mal.